Hallo, ich heiße Paulino. Ich bin Argentinien, aber heute ich bin auch USA. Ich spreche Spanisch und Englisch. Ich spreche ein bisschen Französisch und Esperanto und ASL. Ich habe ein Buch. Ich habe zwei Bücher. Gold und Blau. Blau ist meine Favoritfarbe. Mir ist gut. Ich bin gelernt. Ich bin Musterknaber. Danke. Tschüss.